Der Ecotec Plus bis 31 kW bietet umweltfreundliche Gasbrennwerttechnik für jedermann. Er hat seinen Einsatzbereich sowohl im Einfamilien- als auch im Mehrfamilienhaus. Aufgrund seiner kompakten Geräteabmessungen findet er in jeder Ecke seinen Platz und kann flexibel überall im Haus montiert werden. Es gibt den Ecotec Plus als reines Heizgerät in der Variante VC, mit integrierter Warmwasserbereitung als VCW und sogar mit bereits vorinstalliertem Warmwasserspeicher für den erhöhten Komfort in der Variante VCI. Somit ergibt sich ein breit gefächertes Einsatzgebiet für den Ecotec Plus. Die Leistungsgrößen erstrecken sich beim VC von 14 bis 31 kW, beim VCW und VCI von 20 bis 26 kW. Durch eine optimale Geräteelektronik und die verbaute Hocheffizienzpumpe ist der Stromverbrauch sowohl im Betrieb als auch im Stand-by-Modus ausgesprochen niedrig. Sein flüsterleiser Betrieb macht ihn problemlos in jeden Wohnraum integrierbar. Zudem sieht er einfach gut aus. Und das finden nicht nur wir. Für seine Gestaltungsqualität, aber auch den Innovationsgrad, die Verarbeitung, die Umweltverträglichkeit und die Materialauswahl erhielt der Ecotec Plus im Jahr 2013 den begehrten IF Design Award. In der Kombination mit dem witterungsgeführten Regler VRC 470 wird die Heizkurve automatisch an die Außentemperatur angepasst. Ein weiterer Schritt hin zu einer selbstoptimierenden Gerätetechnik. Nicht Sie müssen überlegen, wie das Gerät optimal effizient läuft. Die Technik übernimmt dies für Sie mit exakten Messwerten. Und dank des Multisensorik-Systems mit integriertem Komfort-Sicherungsprogramm, das ständig alle wichtigen Betriebsfunktionen im Gerät überwacht und steuert, ist höchste Betriebszuverlässigkeit garantiert. Das neue Bedienkonzept, das intuitiv und kinderleicht funktioniert, rundet das Gesamtpaket einfach ab. Der Ecotec Plus lässt sich besonders gut zum Hybrid-System ausbauen, bei dem die ebenfalls wandhängende Wärmepumpe Geotherm mit dem Ecotec Plus kombiniert wird. Das spart wertvolle Energie und sieht zudem durch das abgestimmte Design beider Geräte sehr gut aus. Durch zusätzliche Pumpenprogramme ist er förderfähig nach KfW und ProKlima und optimal auf die Anforderungen moderner energiesparender Heizungsanlagen abgestimmt.